Oh, das ist eine tolle Erfahrung gewesen. Ich wollte unbedingt, dass ein Stück Eisen ein Magnet wird. Und dann habe ich zwei Stückchen Draht genommen und direkt in der Steckdose. Grüß dich, ich bin Sammartino, ich bin Energieberater im Energiestore der Rätschwerke in Meran. Ich danke Energie in der Arbeit, aber auch in meiner Freizeit. Wenn ich in Urlaub gehe oder wenn ich spazieren gehe, das ist auch ein Energietank. Über 120 Jahre. Die Leute lebten noch mit Kerzen und Kühlampen. Und seit die Energie ist, hat sich die Lebensqualität der Leute sehr verbessert. Erneubarer Energie, die keinen negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Geräte, die Energie, die Strom brauchen, aber die auch unser Leben erleichtern. Beratung und Verkauf von Energieprodukten und Gasprodukten. Ein Energiestore ist eine Neuheit, wo man sich die Zeit für den Kunden nehmen darf. Und wo der Kunde sicher Sparnis finden kann. Biddyll wird eine Neuheit und was Sie über 20 Jahre. Aucina bab�� Wan Señor sky